Er hat ein klein rotes Kugiboot, mit diesem Kugiboot fangen wir ihn aus. Er hat ein klein rotes Kugiboot, den ersten Abendbrot fangen wir nach oben. Wir haben das mal einmal so, er hat ein Knall. Können Sie vielleicht mal mitmachen so ein bisschen? Ich glaube, das ist dann auch das letzte Mal. Er hat ein klein rotes Kugiboot, mit diesem Kugiboot fangen wir ihn aus. Er hat ein klein rotes Kugiboot, den ersten Abendbrot fangen wir nach oben. Dankeschön! 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 Dankeschön!